Sag mir, Afshin, hast du eine Geschichte? Leute, ich hab ne Idee. Ich mach ne Tanzgruppe auf. Eine Untergrund-Tanzkompanie. Ist mal was anderes. Wenn man euch erwischt, geht ihr ins Gefängnis. Ich will, dass wir unser Leben selbst bestimmen. Ich will einen Raum für uns allein, wo etwas entsteht. Ohne Regeln. Wie machen ihr es? Wir müssen es geheim halten. Wir brauchen nur einen abgeschiedenen Raum, wo keiner hinkommt. Es ist perfekt. Also, das ist die Tanzgruppe? Schon gut. Niemand sonst weiß es. Kann ich vortanzen? Das Regime, es erwürgt uns. Wir ersticken. Ihr wart auf der Demo, ja? Ja. Dann bist du ein unglaublicher Rast. Es ist Zeit für den Wandel. Wir müssen Stellung beziehen. Hey! Afshin, Tanz kann alles sein. Selbst deine Faust, die du reckst, weil du an etwas glaubst. Das hast du mir gezeigt. Es ist nicht genug. Wir müssen auftreten. Vor Publikum. Es ist gut für uns hier drin zu üben, aber wofür? Ich meine, wozu tanzen, wenn uns keiner sieht? Und wo würden wir auftreten vor Publikum? Du bist ein wundervoller Tänzer, weißt du das? Gib es mir nie auf. Ich bin in Lebensgefahr. Wenn sie deinen Namen haben, finden sie dich auch. Ich weiß. Wir können in die Wüste gehen, spüren, wie es ist, atmen zu können. Und wenn es nur für ein paar Stunden ist, nur für einen Moment, das ist alles, was ich will. Wüste gehen. Untertitelung des ZDF, 2020